Oh. Das ist das ähnlich. Dich wieder weg. Ich bin fertig. Nein. Na, na na na. Ich bin fertig. Jetzt nimm mal mich hier auf ihr mal Schummeln. Das wird mir jetzt mal gerne sehen. Weil die emsig sind. Ich glaube, die arbeiten den ganzen Tag nicht so viel wie heute Abend. Und das sind die Uhrzeiten. 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 Ja, 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 schon gut. Ich bin ja die Uhrzeiten. Ja, ja, ja. Und das sind die Uhrzeiten. Und das sind die Uhrzeiten. Fertig. Und das sind die Uhrzeiten. 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 Susanne, 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 ich komme von Theaterzeit. Wenn die Kamera zu tun ist, gibt es gute Punkte. Kannst du in die Sonne stehen, alle Herren. Siehst du das? Ist nichts drin? Kannst du auch mal anschauen. Ist doch gar nichts drin. Hallo. 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 Dankeschön. Ist aber gut warm draußen in der Sonne. Kannst du in die Sonne stehen? Nein. Jo, gut, jetzt mache ich die Arbeit. Schöne, Schöne, Schöne. Schöne, Schöne. Schöne, Schöne, Schöne. Schöne, Schöne, Schöne. Ja, sie hat einen Zopf gehabt, aber der hat sie zum Auto gestört. Ja. Hört ihr das? Willst du dir die mal anziehen? Ja. Ja, dann zieh dir die doch mal an. Dann zieh dir die doch mal an. Dann rutschst du nämlich auch nicht, ne? Das ist so was drin, dass du nicht rutschen kannst. Ja, ist da was drunter, dass du nicht rutschen kannst? Nein. Aha. Ja. Da klebt was. Da klebt was? Da kommt da. Ah, so, ja. Ui, wie fein. Aber so ist lang. Ist lang. Ist lang. Du siehst aber schick aus. Ja. Ja, aber ganz schick bist du. Ja, das sieht so aus, als ich meine Hose anhat. Hm. Ganz schick. Ganz schick. Das ist gut. Das kind. Das war's für heute. Ein schönes Heft hast du an, ein neues Kleid hast du an. Kann man da Gras reinwerfen? Da kannst du schön schlafen. Willst du dich nur hinsetzen? Ah, die sind aber toll. Die sind toll. Vielleicht nicht schlecht. Es ist sehr angenehm, aber es ist bestimmt nicht... Das ist schön. Es ist sehr angenehm. Es ist sehr angenehm. Wenn du dich mit ins Bildchen nehmen willst, dann wird er vielleicht zum Mann hier abgestanden. Ja, aber der kann ja jetzt dann irgendwie spielen. Dann ist er ein bisschen größer. Dann ist er doch mehr so ein Wiegen hast du bestimmt. Ja, du bist mehr so ein Läufer, so ein Renner, der Braune. Das ist ein Bugs Bunny. Das ist ein Freund. Das ist ein Freund. Ja, genau. Das ist ein Freund. Ah, ein Freund. Das ist das. Das ist ein Freund. Der ist ein Freund. Genau. Das ist das Wau ausspricht, da ist weit oder hart. Ich bin nicht dahinter gesehen. Du meinst mit Valentin? Ja. Weil du sprichst auch Vogel aus oder so. Du hast auch Vogel zum Beispiel. Ach, sehr. Und das heißt auch zu... Ja, eher weit als weit. Ja, eher Valentin. Es gibt ganz wenige Namen die weit gesprochen haben. Wie zum Beispiel Verena oder so. Das wird auch weit gesprochen. Aber sonst ist das immer irgendwie... Außer ein Bayern. Ja gut, die Bayern sind da nicht in die Stimme. Und letztlich kommt dann unser Nachbar, und der Wurster und dann habe ich gesagt, Walentine, ach, Faulentine. Faulentine? Da wollte ich sagen, nein, kein Faulentine, kein Walentine. Ich sage, Faulentine. Eben, schon gern. Bye. Ich schicke da, wenn man mit dem einen Finger das Konturrent schon zu behalten wird, genau. Aber es ist nicht ganz zu behalten. Nein, nein. Gell, der dicke Mops. Wenn wir dann anschauen, in zehn Jahren, den Film, dann wäre das Beste. Mann, was für ein dicker Film. Mhm. Puttigem Wasser zwischen den Seben draus pressen. Boah, das schmeckt. Die Decke, die ich dir gegeben habe, meint die Oma. Die liegt schon auf der Lüge. Sie sieht aus, als möchte ich auch ein Eis haben. Aber ich kriege den Kusch. Ich kriege den Kusch. Ich kriege den Kusch. Können die dieses, nein. Das schmeckt. Das Eis müssen wir dann unter Umständen wieder parken. Wir haben ein Eisfach, Beni. Nicht, dass das jetzt schmilzt. Jetzt hast du gar keine Zeit dafür, gell? Super, Bessi. Ja genau, das sind schon die Geräusche und alles. Was war das? Das ist ja explodiert der Ball. Komm mal, komm Bessi. Du, Bessi, komm mal. Fisch, ja. Und nicht in die Blumen, jetzt war er. Das muss der Bessi vorher sagen, die hat es nicht mitbekommen. Da ist die. Das ist der Eis wieder, bevor es die Bessi frisst. Das ist wirklich gar nicht, gell? Was das für ein guter Effekt ist, in der die Videokamera runterfällt, das schaut bestimmt echt aus. Sehst du die Augen so weg, da wird mega schwindelig. Da wird mega schwindelig. Nett. Und jetzt ist es ja gerade irgendwie nur rumgewürmt, gell? Und gewunden. Und gegrunzt und dann weißt schon so dieses... Schirr, Lassanoba. Die Putti. Bessi, vier und fünf. Und mitöst. Was? Guck, Mann. Guck, Mann. Das Auto durch die Gegend, 360 Grad geht halt nicht. Das war ja wohl nicht. Ich will mir doch gar keine Wissen. Doch. Nee, Quatsch. Was war das? Hast du das gesehen an der Mühle von der Bräuchschirche? Ja, da möchte ich mal oben. Hier, da. Das ist ja auch nicht krach. Oh. Drückst du? Ja, ich darf nicht. Das ist doch nicht. Ja, weil das hat... Richtig mal. So. Das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so. Wie musst du mal um? Komm, komm. Dann kommst du auch mit oben. Ich hab's bühlt. Nima, den stell dich mal dazu. Komm, mit Eis kannst du da drauf. Komm, mit Eis kannst du da drauf. Komm ich mal dazu. So, jetzt. So. Komm, bleib da. Komm, bis ich da nicht fertig bin. Nima, stell dich mal zur Oma. Jetzt gehen wir mal in den Boden. Ist fertig geschehen? Ja, ja. Jetzt kommt, der spielt da immer mit rum. Das ist ein richtiger, ein Paparazzi. Sag mal Paparazzi. 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 Der heißt aber Richard. Ach, der heißt aber Richard. Aber der Richard ist ein Paparazzi. Zu schwer, ne? Ester. Au! Ostern, 98. Ja! Ostern. 10.45 Uhr, 14.11 Uhr. Oh, die Gänse wegnehmen. 14, das kann nicht sein, 15. 15, das sind die Käse aus dem Säule. Gänse und Köln sind die Köln und Ärenden auf dem Säule. Was spielst du denn Was machst du denn? Jetzt gebe ich hier an mit fremden Federn Ich werde die Frau Euringer und den Herrn Euringer gleich schon aufnehmen Ich werde auch im Film sagen, dass der Kuchen von Euringers ist Das wird jetzt beim Toden mit festgenommen Damit du dich nicht mit fremden Federn schmückst Dann kann man ein Bild machen vorher, nachher Was machst du, Michi? Auf meinen Sieg Der hat aufgeteilt Nein! Nein! Bessi, du auch? Bessi 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 Andi, das ist aber nicht nett. Jetzt will ich den schönen Oster-Tisch mal filmen. Das hätte ich noch schöner gemacht, denn ich wusste ja, dass er gefilmt wird. Hätte ich noch die Radieschen rausgeholt. Ich habe ihn noch gar nicht mehr gesehen, der sich im Namen der Ryson zu regenzen gekommen. Hast du ihn noch nicht so? Ich habe ihn noch nicht so, wie es mir irgendwann mal war. Ich frage dich noch nicht mehr. Ich frage dich noch nicht mehr. Ja, ich frage dich noch nicht mehr. Das ist bestimmt schon alles, was die Hände ruhig verlasen können. Wer hat die wohl da oben rein? Such, such, such! Was ist das? Nein! Gibt es doch was? Ja! Nicht immer mich! Gibt es doch was nicht mehr? Gibt es doch was?